welcome back und willkommen zurück zu der weiteren Folge WRC Clubs Weekly Valley WRC 1 in Griechenland WRC 2 war gut, jetzt kommt halt die ultimative Herausforderung, enormer Schaden müsste auch sein, aber wir haben jetzt nicht alle zwei Stages Service Park, dafür aber nur vier Etappen, äh, vier Stages natürlich, nun, fort haben wir ja komplett durchgeprügelt, Juni auch ein bisschen, jetzt kommt was ganz Verrücktes, ach du jemini, er ist ein Toyota, über den habe ich schon die ganze Zeit geschimpft, dass der Innenraum so scheiße ist und jetzt fahre ich ihn selbst, warum, weiß ich nicht, Abwechslung wahrscheinlich, Gott, oh Gott, wie viele Lackierungen gibt es denn hier eigentlich, wo, wo ist meine, eines Tages kommt sie, und da ist sie, nee, nee, Quatsch, da ist sie, jaja, japanische Marke, japanisches Design, ein Two-Face-Design, ist das nicht was? Und es wird sogar noch besser, nicht nur, dass es regnet, wir haben auch ein Le Serap, einfach Toyota und das andere ist Griechenland, ja gut, das hat die Welt wirklich erschüttert, ähm, wer genauso Pirat spielen will, wie ich, Pause drücken, Dreist rauskopieren und, 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 schneller fahren als ich, Schneck, Schneck, äh, wie sieht's denn aus mit Stages, wie ist denn jetzt die Verteilung, wir haben, dreimal, und dann, zuletzt hin, nochmal ein Service Park, dreimal kurz, dreimal gigaschlechtes Wetter, ooooh, jemine, Reserverad auf jeden Fall dabei, aber auch Les Shakedown. Zwei knackige Folgen. Start, 60, kläre links, viel Glück. Ach, du jemine, ach, guck mal, das Design hat doch schon was, guck mal, hier ist Grau und Böse, und hier ist, also Grau und Böse, und hier ist Weiß und Böse, ah man, warum, welche Taste manchmal klappt es, ah ja, gut, also Weiß und Gut und Grau und Böse, hat das nicht was, das hat, das hat auch Style, oder? Das hat doch wirklich maximal Style. Achso, von vorne sieht man ja gar nichts, ne, ist ja, Blend-Effekt, jetzt, super cool. Naja, gut, Leute, genug, begattet. Wir starten den Aal, in den Shaker. Fünf, vier, drei, zwei, eins, go, 60, kehre links, und leicht rechts, leicht links, und sechs rechts, 40, vier rechts, nicht schneiden, und drei links, innen, 60, leicht rechts, und drei links, in eins rechts kurz, 120. Drei links, innen, und fünf rechts, 40, zwei rechts, verdeckt, und später drei links, macht zu, und vier rechts, innen, 30, früh, drei rechts über Kuppe, 40, drei links, 40, sechs links, und sechs rechts über Kuppe, lang. Der Innenraum stört nicht, wenn man die ganze Zeit auf die Straße achtet. Drei links, innen, 30, zwei rechts scharf, innen, in leicht links, 70. Vier links kurz, nicht schneiden, und fünf rechts, macht zu, drei, 30, vier links kurz, 50. Späte sechs links, über Kuppe, nicht schneiden, und rechts rechts, 100, Langsam, leicht rechts, 30, ziel. Wow. Snack. Oh, ich hätte es gerne noch weiter gesehen. Jawel, also eigentlich würde ich hier noch gerne noch fünfmal Shakedown fahren, aber es hat sich trotzdem gut angefühlt. Müssen wir ein bisschen Reparatien machen, ne, ne? Ne, wir sehen aber auch super aus. Hi, nein. Wir brauchen nur neue Reifen. Wo sind neue Reifen? Hier sind neue Reifen. Da ist bestätigen. Nochmal bestätigen. Und Start. Oh, yeah, baby, baby. Okay, let's go. Schauen wir den Wüscherich anmachen. Start, 60, kehre links, jügel. Oh, wir starten mal, außer zwei. Hat sich relativ gut angefühlt. Vier, drei, zwei, eins, go. 60, kehre links. Und leicht rechts, leicht links. Und sechs rechts, 40, vier rechts, nicht schneiden. Und drei links, innen, 60, leicht rechts. Und drei links, in eins rechts, kurz, 120. Keine Start-Schwierigkeiten. Nee, nee. Nee, nee. Oh Gott, oh Gott. Stop it. Get some help. Oh mein Gott. Und vier rechts, innen, 30. WC1 ist das Problem. Nicht ich. Gut, da ist querfahren das Problem. Ich glaube, letztlich querfahren. Okay, zweimal schon massive Kurt Braun. Momente gehabt. Reich, langsam. Über kleine Kuppe, nicht schneiden. Und leicht rechts, 100. Langsam, leicht rechts, 30. Vier links, kurz, 50. Achtung, fünf rechts, halb lang, mach zu, 40. Scharf links, halb lang, 30. Eins rechts, innen, 50. Leicht rechts, sehr lang. Ich war jetzt schon ganz nah dran, an der Wand. Und dieser Halsschauend, der war schon sehr prominent vertreten. Leicht rechts, 50. Langsam, sechs links, kurz, 40. Kehre links, mach zu. Und fünf rechts, 60. Sechs links, innen, 40. Sechs links, langsam, 60. Eigentlich hätte ich Hyundai fahren müssen, mit mir gerade ein, wenn man so nach der aktuellen Rallye Griechenland geht. Halb lang, mach zu, wird enger. Weil eigentlich ist ja, äh, ja doch, Toyota, das, 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 das stabilere Auto, weil auch so Rallye Kenia, Safari Rallye, eigentlich immer Toyota Land ist, weil Sechs links, kurz, die irgendwie die, 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 die besten Teile haben. In ihren Autos, die irgendwie alles aushalten. In den Gegensatz zu Hyundai. Auf vier rechts, nach Kreuzung, 30. Fünf rechts. Fünf links, in leicht rechts, 50. Aber jetzt bei der Griechenland-Ready, da war es komplett umgekehrt. Toyota hat ja voll ab, voll abgekackt. Das ist aber eigentlich super doof, dass ich jetzt, wenn ich schon was anderes fahre, dann gerade zum falschesten Zeitpunkt Toyota fahre. Mach zu, zwei, 30, scharf rechts, halb lang. 30, weitekehre links, und scharf rechts. Und sechs rechts. Und vier links. Fünfzig. Zwo rechts. Macht auf, 100. Abzweigung, eins rechts. Und sechs links, halb lang. Achtung, macht zu, eins, innen. Und fünf rechts, 40. Vier rechts. Und sechs rechts. Sechs links. Langsam, 70. Eins links. Halb lang, macht zu. 90. Scharf rechts, 40. Fünf links, weit, Zaun. In vier rechts. Vier links kurz, 40. Drei rechts. In scharf links kurz, 40. Drei links, macht zu, kehre. Das steht auch jetzt bei den schlechten Bedingungen der Fotograf am Scheitelpunkt. 80. Das ist noch nicht die Stelle. Leicht rechts, 70. So gut kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Zwei links, macht auf, siebzig. Sechs links, 50. Sechs links über Kuppel, innen. Langsam, 50. Scharf rechts, 30. Zwei links, 30. Scharfe kehre links, nicht schneiden. Und zwei rechts. Macht zu, eins. Und scharf links, 30. Fünf rechts, 40. Da bin ich schon einigen vorbeigefahren ohne es zu rein. Das wäre mir doch aufgefallen. Zwei rechts, 20. Drei rechts, innen, 30. Drei links kurz, in frühe zwei rechts. In frühe zwei links, 40. Fünf links. Und weiterkehre rechts. Fünfzig, leicht rechts. Hier ist er, moin. Bisschen hakelig. Aber ich habe ja noch zwei Versuche. Oder? Nicht so oft, wie die sich selbst fahren, aber wenn wir viermal kurz fahren, dann wenn wir hier noch ein, zwei Mal durchfahren müssen. Wie gesagt, so viel Variation bietet das Spiel jetzt nicht. Zwei links, macht zu, und früh scharf rechts. Siebzig. Drei links, macht zu, und eins rechts kurz. Achtzig, überziehe. Zwo rechts, bis stopp. Okay, das ist eine Zeit von sechs Minuten. Die ersten zwei, okay, das ist doof, weil wir hier nur zwei Folgen fahren, aber die erste Folge war nicht so gut in der WC2. Erst ab der dritten war es krass. Von daher ist das jetzt die eine schlechte Stage gewesen, wenn man es so runterrechnet. Und jetzt wird es einfach nur noch Porno. Komplett Porno. Come on. Hey! Sieben Sekunden Strafe. Dennoch Platz, also Top 107. Top 107 sollte man sein. Wow. Die Laderbahnen sind sehr, 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 sehr lang. Ich glaube, mindestens das Zehnfache als sonst. Start 40, eins links, vier. Wir haben wieder Tour de Fotograf. Echt eine Ungewöhnung, wenn man hier sehr viel Zeit im WC2 Kfz zerbracht hat. Und jetzt alles so viel schneller geht und so viel slideiger. Seine Kamera nicht ready, die war einfach unten. So wird das nichts mit Fotos. Mach zu und drei rechts, 30. Drei links, halb lang, mach zu. Innen, 40. Leicht links, 50. Vorsicht! Drei links scharf, 60. Bremsen, fünf links. Und eins rechts, mach zu. Und eins links über Kuppe. Und scharfe Kehre rechts. Und zwei rechts, mach zu. Und scharf links. Komplett reingetaucht in den Cut. 40, sechs rechts über Kuppe. Macht auf, lang. Langsam, 90. Zwei rechts, halb lang, 30. Leicht links, langsam, 100. Kehre links, macht auf. 70. Vier rechts kurz, 40. Eins rechts, 30. Und mit so viel Pest ist es rutschiger als in der WC2. Und dann haben wir noch eine sehr nasse und rutschige Strecke oben hin noch. Das ist alles antiklimatisch. Sofort, Kehre rechts, macht auf. 40, scharf rechts, macht zu. In drei links, 40. Vier rechts. Vier links. Sechs rechts, 30. Späte eins links, macht zu, 90. Späte eins rechts, 70. Leicht rechts. Und fünf rechts kurz. In sechs links, bremsen. Und vier links, macht auf und macht zu. Und eins rechts, halb lang, 60. Abzweigung scharf links, 100. Späte drei links, macht zu, nicht schneiden. 50. Vier rechts scharf, bremsen. In sechs links und scharf links. In scharf rechts, halb lang. 30. Späte eins links, macht zu. Und zwei rechts, macht auf, halb lang, 50. Abzweigung scharf, Kehre links, verdinkt. Ich komme so langsam mit dem Sliden. Ich sage nichts. Ich habe nichts gesagt. Ich habe noch nie was gesagt. Und vier rechts kurz, 40. Fünf rechts, lang. Wie es ist, verflucht. Mach zu, vier, lang. Und sechs links. Sechs rechts. In leicht links, bremsen. Und zwei links kurz. Innen. Und drei rechts kurz. In zwei links kurz. Wird enger. 40. Sechs rechts. Leicht links. 40. Leicht rechts. Dreifach Achtung. Und sechs links über Kuppe. 70. Scharf links kurz. In drei rechts. Macht zu, in Kehre links. Macht auf und macht zu. Und eins rechts. Und eins rechts. Macht auf. Und drei rechts kurz. Und drei rechts kurz. In drei links. Außen. Nach Kreuzung. Fünfzig. Sechs rechts. Dreißig. Sechs rechts kurz. Langsam. Sechzig. Fünf links. Und sofort. Kehre rechts. Vierzig. Leicht rechts. Sechzig. Leicht links. Langsam. Siebzig. Späte Kehre links. Dreißig. Sechs rechts. Hundertdreißig. Langsam. Kehre rechts. Sechzig. Kehre links. Und fünf rechts. Macht auf. Achtzig. Sechs links. Sehr lang. Langsam. Siebzig. Eins links. Macht zu. Dreißig. Scharf rechts. Halb lang. Vierzig. Fünf links. Liebevoll. Halb lang. Macht zu. Achtzig. Vier rechts kurz. In leicht links. Einhundert. Leicht links. Vierzig. Sechs rechts. Macht auf. Achtzig. Vier rechts kurz. Dreißig. Drei links. Macht zu. Halb lang. Vierzig. Vier rechts kurz. Innen. Neunzig. Eins links kurz. Dreißig. Drei rechts. Halb lang. Siebzig. Vier links. Macht auf. Vierzig. Sechs links. Fünfzig. Leicht links. In sechs rechts. Bremsen. Sechzig. Drei rechts. Macht zu. Vierzig. Verdeckt. Drei links. Nach Kreuzung. Dreißig. Drei links. Innen. Und später zwei rechts. Vierzig. Zwei links. Dreißig. Fünf links. Dreißig. Drei rechts. Hundertzwanzig. Bremsen. Scharf links. Kurz und zwei rechts. In leicht links. Sechzig. Drei rechts. Innen. Und vier links. Dreißig. Sechs links. Langsam. Und leicht rechts. Leicht links. Und kehre rechts. Sechzig. Ziehe. Und sechs rechts. Bis stopp. Well. Aber nicht in den Tod gerutscht. Great success. Okay, das ist eine Zeit von sechs Minuten. 21,9. Ich war echt relativ angstfrei, wo ich mir dachte, ich komme jetzt, jetzt ist es soweit wie jetzt hier einst in Griechenland. Und es kam 100% Angst wieder, wo ich gesehen habe, oh, es ist alles Regen. Alles Regen und Gewitter. Acht. Und die erste Stage ist in der Nacht. Eventuell ist alles in der Nacht. Übrigens. Wow, wow, wie war. Wie lange dauert es, die Ergebnisse reinzuladen? Sonst muss ich das nicht schneiden, was immer zack zack geht. Aber jetzt ist es elendig. Trotz Motorabwürger. Platz 11. Die Drecksäue. Wo ist Becken? Woffel! Warte mal, wo ist die Geeksau eigentlich abgeblieben? Richtig schlecht. Er ist fehlerfrei gefahren. Und wir haben ihn gestompt. Yeah, ja. 27 19 Sekunden Hinter P1. Weil es ja natürlich alles Franzosen sind. Ihr dreckigen Franzosen. Schnell weg. Schnell in die nächste Folge. Aber dafür brauche ich erstmal hier einen Ciao-Kakao. Weil ohne einen Ciao-Kakao kein Hallo-Guten-Tag-Neue-Folge. Von daher Ciao-Kakao. Bye, have a great time.